Hallo. Ich mache heute wieder ein Video, was mich sehr viel Überwindung kostet, weil ich mich einer Angst stelle, die ich schon ganz lange habe. Und ich möchte aber, ja, der nicht mehr so viel Macht geben. Ihr habt es im Titel schon gesehen, Unglücklich verliebt, mein Marke. Ich habe seit einiger Zeit, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, vielleicht mache ich nochmal Filmaufnahmen, wo man das besser sieht, aber ich habe irgendwie noch kein Foto hinbekommen. Ich habe zur Zeit sehr viele wunde Stellen im Gesicht und nur im Gesicht. Also ganz viele offene Flecken, die so gerötet sind, entzündet sind, die wund sind. Und ich bin ja, wer mich schon länger verfolgt, der weiß, dass ich so psychosomatisch unterwegs bin und immer schaue, was will mir das Symptom sagen. Und ja, als ich diese Flecken gesehen habe, kam ja das Thema mit dem unglücklich verliebt sein, was ich ja auch gerade wieder bin. Und ich erzähle dir auch gleich, was ich damit verbinde, aber kurz zu den Symptomen. Also ich habe quasi geschaut, okay, ich habe ja so wunde Stellen im Gesicht und vielleicht hast du das Video gesehen, was ich neulich gemacht habe mit dem Schwachsein, das verlinke ich sonst nochmal oben. Und ja, diese wunden Stellen, wo bin ich wund? Und dann im Gesicht, so im Gesicht ist, das sieht jeder. Ich kann es nicht verstecken. Und ja, ich habe es dann einfach so gedeutet, dass es einfach dran ist, mich damit zu zeigen, mit dieser Wunde, mit diesen offenen Stellen, mit diesen Makeln, ja, ist ja nicht schön. Und da ich ja auch sozusagen mein Weg zur Natürlichkeit hin ist, schmiere ich da jetzt auch nichts drauf, dass das weggeht, weil mein Körper will mir ja damit was sagen. Und ich möchte das beobachten, ich möchte sehen, ob das, was ich tue, wie das zusammenhängt. Und ja, ich habe das erste Mal in Thailand mit Freunden drüber gesprochen, weil ich gemerkt habe, ich kann es nicht mehr alleine aushalten. Ich möchte mich damit zeigen und, ja, verlieben. Erstmal zu dem Wort, zu dem Wort verlieben. Verlieben ist was anderes als Liebe. Verliebt sein. Da projiziere ich all meine Sehnsüchte auf jemanden. Also ich, klar, das entsteht, ich bin gern mit der Person zusammen. Ich fühle mich dahin gezogen, angezogen. Und dann kommt aber ganz viele Sehnsüchte und Wünsche vom Geist dazu. Und ja, das ist dann oft schmerzhaft, wenn die dann nicht erfüllt werden. Also unglücklich verliebt heißt, wenn nur eine Seite, wenn eine Seite was andere möchte als die andere. Und ich bin gerade in einen guten Freund von mir verliebt, der das aber sozusagen nicht erwidert, der da bis zu einem bestimmten Maße die Nähe möchte, aber dann nicht mehr. Und der Makel, den ich darin empfinde, der vermeintliche Makel ist, dass das bei mir auslöst, dass ich nicht liebenswert bin, dass ich nicht begehrenswert bin, dass ich denke, dass ich es nicht verdiene, geliebt zu werden. Und das Schlimmste ist, dass jemand sehen könnte, dass ich wie so ein Hündchen vor dem anderen sitze und um Liebe bette. Ich weiß, dass da ein Punkt in mir ist, wo mir die Selbstliebe noch fehlt. Das wird mir da sozusagen gezeigt, dass ich mir das von dem anderen erhoffe, dass er mir die Liebe gibt, die ich mir anscheinend nicht selber geben kann. Wobei das auch schon viel besser geworden ist. Aber es ist so das Schlimmste, wenn jemand sehen könnte, wie ich jemandem hinterherlaufe und um Liebe winsele. Für mich war das lange Zeit so, dass Menschen, die in einer Beziehung gelebt haben, mehr wert sind. Die sind liebenswert, die sind begehrenswert, die sind attraktiv. Und ich habe viele Jahre gebraucht, um zu erkennen, dass das nicht so ist. Also, dass es einfach nur eine andere Art von Erfahrung ist, ob ich jetzt mit mir bin oder ob ich in einer Beziehung bin. Eine Freundin von mir hat mir da mal sehr geholfen, indem sie gesagt hat, so Kathi, genieß deine Freiheit, die du hast, wenn du nicht in einer Beziehung bist. Weil ich habe immer nur darauf geschielt, eine Beziehung haben zu wollen und war immer traurig, dass ich keine hatte. Und sie war in einer Beziehung, in einer sehr glücklichen Beziehung mit Kindern und einem tollen Mann. Und sie hat sich einfach mehr Freiheit gewünscht. Sie hatte so ein Leben, wo sie sehr wenig freie Zeit hatte. Und ich als Single-Frau, ich kann alles alleine für mich entscheiden. Und als sie mir das gesagt hat, hat sich da so langsam auch was umgebaut. In früheren Beziehungen habe ich mich immer selbst aufgegeben für den anderen, für den Mann und habe alles getan für den. Und da war ich noch jung, das war einfach so in der Beziehung im letzten Jahr. Da habe ich zum ersten Mal erfahren, dass ich das nicht mehr mache, nicht mehr so stark. Ich glaube nicht, dass ich da ganz von gefeilt bin, aber es gilt ja immer wachsam oder achtsam zu sein, immer wach zu sein. Und weil das ist ja auch das, was eine Beziehung braucht, so zwei Menschen, die da sind und sich gegenüberstehen und das Leben miteinander teilen und bereichern. Und nicht, dass einer sich aufgibt und nicht mehr da ist und dann hat der andere kein Gegenüber mehr. Also das ist so die Richtung, wo ich herkomme, dass ich da einfach, dass mir die Selbstliebe gefehlt hat. Und ich war viele Jahre allein und ich bin wirklich eine Meisterin im unglücklich verliebt sein. Ich habe schon so oft mich in jemanden verliebt, der das dann nicht erwidert hat und habe ganz viele Jahre eine Sehnsucht nach einer Beziehung gehabt. Und das kommt auch immer wieder und ich finde es auch, das ist auch völlig in Ordnung, diesen Wunsch zu haben. Und gleichzeitig war es gut, dass ich so viele Jahre auch mit mir war, weil ich da erfahren habe, dass ich auch ohne große Beziehung glücklich sein kann. Also das ist so diese Idee von großem Glück, dann ist alles in Ordnung. Aber wie ich schon gesagt habe, es ist einfach nur eine andere Form der Erfahrung. Ich kann so oder so Erfahrungen sammeln und es ist halt einfach, was ist gerade in meinem Leben so. Und das, was ich ja anstrebe, ist mit dem, was ich jetzt habe, glücklich zu sein. Im Moment bin ich dabei zu versuchen, mich zu entlieben. Ich spüre ganz viel Eifersucht, wenn er andere Frauen kennenlernt. Und ich habe auch mich damit gezeigt. Ich möchte gerne einen ehrlichen Umgang, ich möchte auch sozusagen meine schwachen Gefühle zeigen oder das, was ich als schwach empfinde. Das sind ja auch einfach Gefühle, aber Eifersucht ist ja auch etwas, das oft versteckt wird. Und ich habe gemerkt, ich will das nicht mehr verstecken. Es ist halt da und ich wünsche mir einen konstruktiven Umgang damit. Und ich möchte das auch teilen können und einfach schauen, wo das herkommt. Wo fehlt mir da Eifersucht, was ich mit Eifersuche. Ja, ich möchte auch die Zeit mit ihm verbringen. Ich möchte ihm nahe sein. Ich möchte, dass er sich für mich interessiert. Und für mich ist es gerade voll schwer, mich zu trennen oder mich davon loszulassen, weil es gibt eine große Nähe, eine große Verbundenheit, eine große Liebe zwischen uns. Und es ist total schwer zu unterscheiden, okay, aber was brauchst du jetzt, um wieder frei zu werden? Um sagen zu können, hey, ich lasse es los, weil ich möchte sozusagen nicht, also um eine erfüllte Beziehung führen zu können, bringt es mir nicht, wenn ich jemandem hinterherlaufe, der gar nicht will. Aber das ist leichter gesagt als getan, wie ich gerade merke, weil wir haben zum ersten Mal ausprobiert, okay, geht es sich gemeinsam, da gemeinsam durchzugehen. Und ich habe aber gemerkt, dass es für mich nicht geht, dass ich irgendwie Abstand brauche, um wieder bei mir anzukommen, um irgendwie mich wieder selbst zu finden, mich wieder selbst zu lieben. Und weil diese Hoffnung, dass er sich noch umentscheidet, die ist einfach so stark, dieser Wunsch. Ja, ein Freund von mir hat mich neulich liebevoll damit konfrontiert, und nach dem, was ich ihm erzähle, dass ich würde mich immer noch in jeden Zug setzen und zu ihm fahren, um bei ihm zu sein, um diese Nähe zu haben, um dieses vertraute Gefühl zu haben. Aber ich muss halt immer einen Teil von mir zurückhalten, den er nicht will. Ja, und das versuche ich da gerade hinzubekommen. Und ich habe da auch noch keine Lösung. Ich weiß, ich war schon viele Male verliebt und auch unglücklich verliebt. Und ich weiß, es geht irgendwann vorbei. Ich hatte letztes Jahr eine sehr kurze, intensive Liebe, wo ich sehr, sehr lange gebraucht habe, um wieder bei mir anzukommen. Ich habe damals, es gingen drei Monate, heftigste Schmerzen gehabt, um davon wieder, um von ihm wieder loszukommen. Und habe viele Tage nicht gewusst, wie es weitergeht. Und habe mit vielen Freunden gesprochen. Und die haben ja auch alle aus ihrer Warte gesagt, was ja wohlwollend, was sie machen würden oder was sie wahrnehmen. Ich habe irgendwann gemerkt, mich verwirrt das. Ich kann die Lösung anscheinend nicht im Außen finden. Und deswegen halte ich mich da im Moment sehr zurück und versuche es wirklich, aus mir heraus irgendwie zu finden, den Weg. Und hatte neulich, so an einem Tag, habe ich mit zwei Freunden darüber gesprochen. Und die eine meinte dann so, nee, das ist doch nicht dein Seelenverwandter. Und dann habe ich mit einem anderen Freund gesprochen. Und der meinte, klingt ja schon, als wenn ihr Seelenverwandt seid. Und ja, also, das ist einfach nur so, als jeder sieht es so aus seinem, aus seiner Erfahrung, ja. Und ich versuche gerade, meine, meinen Weg da rauszufinden. Und es wurde auch schon entdeckt, dass ich sozusagen verliebt in ihn bin. Und also jetzt in den aktuellen. Und es ist echt schwer, sich mich da so zu zeigen, so bedürftig. Ich habe letztes Jahr auch ein Seminar mitgemacht. Da ging es um die Kommunikation zwischen Männern und Frauen. Das hieß Lockstoff. Das kann ich jedem sehr ans Herz legen. Das ist vom Verein irgendwie anders. Vielleicht, wenn ich dran denke, verlinke ich dir das mal unten. Und da haben wir eine ganz tolle Übung gemacht, die mir auch sehr geholfen hat. Die mir so einen Aha-Moment gegeben hat. Und da ging es darum, dass man zu der Entscheidung steht, zu den Gefühlen steht, egal was der andere sagt. Die Übung sah folgendermaßen aus. Mann und Frau standen sich gegenüber. Und es ging darum, eine Entscheidung zu treffen. Zum Beispiel, darf ich dich auf die Wange küssen. Dann hat man sich vorher überlegt. Die Partner wurden immer gewechselt. Ob der, der mir da gegenüber steht, ob der das darf. Oder diejenige. Und dann ist man aufeinander zugegangen. Und ich gehe jetzt mal von dem Fall aus, den ich ja gerade in der Realität erlebe. Ich sage, ja, er darf mich küssen. Und er sagt aber, nein, ich will das nicht. Dann ist die Situation folgendermaßen weitergegangen. Die Person, der Mann hier, hat Nein gesagt. Also dreht er sich um und geht. Ich habe Ja gesagt. Und ich bleibe stehen und stehe zu meiner Entscheidung. Und stehe damit zu mir. Und das ist auch das, was ich halt gerade übe. Dass ich dazu stehe, dass ich dieses Bedürfnis habe. Dass ich mir diese Nähe wünsche. Und akzeptiere, dass er Nein sagt. Das ändert nichts an dem Schmerz, der dann da ist. So über die Trennung. Aber wie gesagt, also. Ich stehe zu meinem Wunsch und ich gebe mir die Chance, dass da vielleicht jemand auftaucht, mit dem ich das leben kann, was ich mir da wünsche. Aber auch, wenn da niemand auftaucht. Dieses Leben zu führen, mit dem, was jetzt da ist, glücklich zu sein. Und mein Glück nicht abhängig zu machen von jemand anders. Das habe ich auch über die ganzen Jahre gelernt. Und wenn ich da jetzt gerade so drüber spreche, dann merke ich, dass ich da schon manchmal noch, dass ich so diesen Zugang dazu habe. Aber das, jetzt wo ich da so offen drüber rede, dass das schon gar nicht mehr so schlimm ist. Ich merke, wenn dann so eine Situation da wäre, dann hätte ich schon auch wieder Schiss. Wenn das jemand mitbekommt, wie ich da jemandem hinterher renne, wie so ein Hündchen. Und mich schwach zeige oder schwach bin. Durch diese Liebe im letzten Jahr. Und deswegen, also ich komme jetzt zu dem Teil, warum es gut ist, sich zu verlieben oder da immer weiter zu gehen und immer weiter zu suchen. Oder weiter zu gehen einfach. Ich habe im letzten Jahr durch diesen Mann, den ich da getroffen habe und mit dem ich kurze Zeit sehr, sehr glücklich war, wo wir sehr viel Liebe geteilt haben, habe ich nach vielen Jahren mein Herz wieder geöffnet. Und ich habe sowas Schönes mit ihm erlebt. Ich habe quasi das, was ich mir immer gewünscht habe, mit ihm erlebt. Und da bin ich auch total dankbar für und möchte das wirklich nicht missen, obwohl die Zeit, die ich gelitten habe, danach viel länger war, als die Zeit, die wir eigentlich zusammen waren. Aber es war so schön, dass dieser Mann es geschafft hat oder diese Begegnung mit ihm, dieser Spiegel dieses Gegenüber hat mir gezeigt, wie schön es ist, ein offenes Herz zu haben und zu lieben. Und ich habe wirklich einen Panzer viele Jahre gehabt. Ich habe eine Mauer um mein Herz gehabt, um nicht mehr verletzt zu werden, weil ich so viele Male unglücklich verliebt war. Und mit jedem Mal, wo ich mich unglücklich verliebt habe, bin ich ein Stückchen mehr bei mir angekommen. Habe ich ein Stückchen mehr gelernt, mich selbst zu lieben und anzunehmen. Und deswegen ist es auch in Ordnung und ist es gut so. Und ich werde auch aus diesem Mal wieder viel mitnehmen und es ist auch diesmal halt schon anders, dass dieser Mann in meinem Leben bleibt, so bleiben möchte, sein möchte. Und das ist schon ein total schönes Gefühl, auch wenn es gerade die Situation erschwert, weil dadurch natürlich die Versuchung größer ist, mit ihm zusammen sein zu wollen. Ich habe dadurch auch gelernt, dass ich durch so ein Nein nicht zerbreche. Und ja, ich habe gelernt, einfach zu mir zu stehen. Und ich weiß mittlerweile, dass ich halt glücklich sein kann, ohne eine Partnerschaft. Das, was ich mir immer so sehr gewünscht habe. Gibt natürlich immer wieder auch andere Phasen, aber ich lasse es mal an diesem Punkt. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder der anderen damit weiterhelfen und du merkst, du bist nicht allein. Und ich möchte einfach mit diesen Videos, auch mit diesem anderen, wo ich mich schwach gezeigt habe und hier jetzt meine Makel so offengelegt habe, also zumindest die vermeintlichen Makel, das, was ich als Makel empfinde. Ja, ich... Ich... Ich wünsche mir eine Welt, in der wir uns mehr so zeigen können, ohne kaputt gemacht zu werden, ohne weggesperrt zu werden. Ja. Letztes Mal nach dem Video hat jemand mir geschrieben, ich... Liebevoll, aber geschrieben, ich soll doch in eine psychosomatische Klinik gehen und mich da erholen. Und... Und da habe ich so gemerkt, dass... Wie schwer das ist, in dieser Welt diese Schwäche und diese Makel auszuhalten. Ja, das soll lieber irgendwo weggesperrt sein und wo man es nicht so sieht. Erhol dich erstmal und dann kannst du dich wieder zeigen. Ich möchte in einer Welt leben, wo wir sehen, was für Fettröllchen wir haben, wo wir sehen, was... Wie wir natürlich sind. So ohne... Ohne unsere Masken. Ohne, dass wir glauben, irgendwo irgendwie sein zu müssen. Und ich möchte dich einladen, in den Kommentaren zu schreiben, wenn du dich traust, wo du dich als schwach empfindest, was du als vermeintliche Schwäche wahrnimmst. Und ich habe durch das letzte Video gemerkt, dass das, was ich als... Oder durch... Ja, durch dieses Schwäche-Video gemerkt, dass... Dass es keine Schwäche ist, sich so zu zeigen oder nicht weiterzuwissen. Und... Und ich weiß, dass dadurch, dass ich das jetzt hier so kundtue, zeige ich damit auch schon wieder eine Stärke. Aber es geht mir einfach darum, dass ich so sein kann, wie ich bin. Ja, dass du das siehst. Dass ich manchmal wie ein Hündchen einfach geliebt werden möchte. Ich möchte, dass da jemand mich streichelt und mich gerne an seiner Seite hat. Aber nicht ein Zwinchen. Also das... Aber das ist das, wo ich gerade stehe. Oder manchmal. Das ist ja auch nicht immer so. Ich bin auch total ebenwürdig. Auf Augenhöhe. Immer wieder. Aber es gibt halt auch diesen anderen Teil. Okay, also wenn du magst, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du... Ja, eine Schwäche von dir, die du... Oder das, was du gerade als Schwäche empfindest, hast du irgendwelche Gefühle, Erlebnisse, Erfahrungen, wenn du das in die Kommentare reinschreibst. Und vielleicht können wir hier einen Raum eröffnen. Das würde mich sehr freuen, wo wir ehrlich miteinander sind und... Gefühle zeigen, die uns schwerfallen. Ja. Also ich... freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder einschaltest und wünsche dir alles, alles Liebe. Und ja... Hier und hier erscheinen jetzt gleich noch Videos, die dich vielleicht auch interessieren. Also schau da auch mal rein. Ja, bis zum nächsten Mal. respecto der Nachfrage und 카�ische in der Nachfrage. Vielen Dank.